Horoskop für heute, Stier, 24. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die Sonne bewegt sich heute in Ihren Romantik- und Freizeitsektor, wo Sie bis zum 22. September bleiben wird. Es ist der Beginn eines einmonatigen Ausdrucksstärken und kreativen Zyklus, der Sie dazu ermutigt, in mehr Vergnügen zu investieren. Es ist ein Show-en-Tell-Haus Ihres Horoskops, sodass das Ausdrücken Ihrer Talente, Fähigkeiten und Zuneigungen in den kommenden Wochen ganz natürlich erfolgt. Sie haben einen stärkeren Drang, etwas zu erschaffen, anderen zu zeigen, was Sie können, Romantik zu erleben und zu genießen und an vielen Freuden des Lebens teilzuhaben. Der rückläufige Merkurs bis zum 28. kann Sie in dieser Hinsicht bremsen, da Merkur diesen Sektor Ihres Sonnenhoroskops regiert. Trotzdem ist es eine spielerische, magnetische Zeit für Sie. Während dieser Schritt Ihre Stimmung ausgleicht, kann ein Venus-Mars-Aspekt heute Unzufriedenheit hervorrufen. Die Gefühle können heiß und kalt sein und auf sozialer Ebene kann das Timing vorübergehend ziemlich daneben sein. Grenzen könnten überschritten werden und Besitzge- oder Konkurrenzdenken können Themen sein. Es ist am besten, Emotionen und praktische Angelegenheiten jetzt nicht zu vermischen. Es kann eine gute Strategie sein, anderen im Zweifelsfall zu vertrauen und zu vermeiden, zu schnell in etwas hinein oder aus etwas heraus zu springen. Bereiten Sie sich auf eine der gesegnetsten Zeiten für Liebe, Romantik und Leidenschaft vor. Das liegt daran, dass heute die mächtige Sonne über den Feldern der Jungfrau brutzelt, ihrem Solarhaus für Spaß, Verabredungen und Vergnügen. Im kommenden Monat werden Sie eine wunderliche Zeit erleben, und es ist einer der bedeutendsten Momente des Jahres für Singles, sich zu öffnen und jemanden Neues kennenzulernen. Vereinbaren Sie Verabredungen mit potenziellen Verehrern, blenden Sie sich selbst und öffnen Sie Ihr Herz, Ihren Geist und Ihren Körper für die Verbindung mit jemand Neuem. Schaffen Sie, ohne Angst vor Kritik zu haben. Lassen Sie Ihre Leidenschaft und Ihren Talenten freien Lauf, wenn die Sonne in das Zeichen Jungfrau eintritt. Ihre kreativen Unternehmungen werden während der Jungfrausaison zu Ihrem Hauptaugenmerk. Etwas, das Ihnen wirklich Spaß macht, könnte zu einer beruflichen oder finanziellen Chance führen. Sie werden es jedoch nie erfahren, wenn Sie es nicht versuchen. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihr Selbstwertgefühl aufzubauen, da Venus in der Jungfrau auch im Quadrat zu Maß in den Zwillingen steht. Vertrauen in Ihre Fähigkeiten wird Ihnen den Antrieb geben, den Sie brauchen, um erfüllende Arbeitsmöglichkeiten zu suchen. Lassen Sie Ihre Unsicherheit los, um die Arbeit zu genießen, die Sie schaffen möchten. Die sich bildende Astralkonfiguration kann alte, vertraute Gefühle hervorrufen. Es mag in Ihrem Leben schon viele Tage wie diesen gegeben haben. Sie scheinen Ihre Absichten zu kennen, aber die Wirkung Ihrer Worte und Taten kann bei den Menschen Verwirrung und manchmal Angst vor Ihnen hervorrufen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre eigene Intensität zu erkennen und sie durch Dinge zu fördern, die Sie allein tun, Fallschirmspringen oder andere risikoreiche Aktivitäten sind dafür die besten Beispiele. Gönnen Sie sich Ihre tägliche Dosisbewegung. Die Schwingungen des heutigen Tages werden eine seltsame Atmosphäre schaffen. Sie fühlen sich von anderen angezogen und gleichzeitig abgestoßen und werden heute Schwierigkeiten haben, Bezugspunkte zu finden. Dies ist vielleicht der beste Moment, um zu verstehen, was Sie mit bestimmten Menschen, die Ihnen nahestehen, verbindet oder von Ihnen trennt. Aber wissen Sie, dass der Schlüssel zum Erfolg oft in der Liebe liegt, die man für sich selbst empfindet, liebe dich selbst und der Rest wird folgen. Ob es der letzte volle Tag der Sonne in Ihrem Heim- und Familiensektor ist oder der letzte volle Tag von Venus, dem Planeten der Liebe, in einem lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops, beide werden heute von der Rückkehr des Mondes in einen nostalgischen und nachdenklichen Bereich profitieren. Dieses Ereignis findet alle vier Wochen statt und ermutigt Sie, langsamer zu machen und sich Zeit für Selbstbeobachtung zu nehmen. Wenn der Mond die Mondknoten überquert, zeigt er, wie gut Sie Arbeit und Freizeit in Einklang bringen. An Ihrem letzten vollen Tag allein in Ihrem romantischen Sektor, bevor Sie morgen von der Sonne begleitet wird, bittet Venus, der Planet der Liebe, sie, sich die Realitätsprüfungen bis dahin aufzusparen. Wenn die Sonne Herzensangelegenheiten ins Solarlicht rückt, wird dies den Geist der Romantik noch stärker in den Mittelpunkt rücken, aber das Sonnenlicht enthüllt auch Wahrheiten. Bis dahin arbeitet Venus daran, die Magie und das Mysterium am Leben zu erhalten. Täglicher Planetenüberblick Das Ende des Sommers naht und wir betreten eine neue Jahreszeit, die Jungfrauzeit. Die Sonne tritt heute in das Zeichen der Jungfrau ein und mit ihr beginnt eine Zeit des Übergangs. Die Jungfrauzeit ist wie ein sanfter Anstoß, der uns daran erinnert, offene Fragen zu klären, unser Leben zu organisieren und uns auf den Herbst vorzubereiten. Es ist eine Zeit, die zu praktischem Denken, Produktivität und Reflexion anregt. Wenn es im Sommer nur um Abenteuer und Spontaneität ging, holt uns die Jungfrauzeit zurück auf die Erde und lädt uns ein, unsere Routinen zu verfeinern und unsere Absichten für die kommenden Monate festzulegen. Aber wie bei jedem Übergang kann es unterwegs einige Hindernisse geben. Heute steht Venus in der Jungfrau im Quadrat zu Mars in den Zwillingen und dieser kosmische Zusammenstoß könnte es etwas schwierig machen, Fuß zu fassen. Sie fühlen sich vielleicht etwas zerstreut oder unsicher, worauf sie ihre Energie konzentrieren sollen. Das ist okay, dies ist nur eine sanfte Erinnerung daran, innezuhalten, zu atmen und ihre Prioritäten festzulegen. Bei der Jungfrauenergie dreht sich alles um Klarheit und Zielstrebigkeit, also nehmen sie sich einen Moment Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen und sich auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich wichtig ist. Hier ist die gute Nachricht, in dieser Jungfrausaison gibt es viel zu genießen. Sie werden sich vielleicht selbstsicherer und zufriedener fühlen. Wenn sie im Einklang mit dieser geerdeten Energie sind, scheint nichts ein großes Problem darzustellen. Sie werden wahrscheinlich Spaß mit Freunden und ihren Lieben haben und vielleicht sogar einige süße Belohnungen in ihrem Liebesleben bemerken. Ob es nun darum geht, ihre Verbindung zu ihrem Partner zu vertiefen oder einfach mehr Zuneigung in ihren Beziehungen zu empfinden, diese Jahreszeit bringt ein gesteigertes Verlangen mit sich, kreativ zu sein, wie sie ihre Liebe ausdrücken. Haben sie jemals den Drang verspürt, einfach so etwas Besonderes für jemanden zu tun? Das ist der Einfluss der Jungfrau, nachdenklich, absichtlich und voller Herz. Natürlich braucht es bei all der Positivität auch ein gewisses Maß an Ausgewogenheit. Der Einfluss der Jungfrau hilft dabei, Disziplin zu entwickeln, was eine gute Sache ist, insbesondere wenn sie sich von den Ablenkungen des Lebens verführen lassen. Es ist leicht, sich von Genuss hinreißen zu lassen, sei es durch übermäßiges Geld ausgeben, übermäßiges Gönnen von Leckereien oder durch alte Gewohnheiten, die sie vom Kurs abbringen. Aber denken Sie daran, Mäßigung ist der Schlüssel. Wenn Sie jedem Verlangen nachgeben, könnten Sie es später bereuen, entweder aufgrund der finanziellen Belastung oder der persönlichen Konsequenzen. Betrachten Sie die Jungfrau als ihren waisen Führer, der Ihnen hilft, auf Kurs zu bleiben und dennoch Raum für Genuss zu lassen. Hatten Sie schon einmal diesen Moment, in dem Sie dachten, ich sollte es wahrscheinlich nicht tun, aber ich mache es trotzdem, und es hinterher bereut haben? Diese Jahreszeit ist eine sanfte Erinnerung daran, auf diese innere Stimme zu hören und Entscheidungen zu treffen, die mit ihren langfristigen Zielen übereinstimmen. Während Sie diese etwas anspruchsvolle Zeit durchstehen, denken Sie daran, auf Ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Ereignisse könnten Sie an Ihre Grenzen bringen, aber genau dort findet Wachstum statt. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinungen anderer Ihr Selbstvertrauen erschüttern. Nutzen Sie stattdessen alle Herausforderungen oder Konfrontationen als Gelegenheit, Ihre Überzeugungen zu stärken. In diesen Momenten der Prüfung entdecken wir oft neue Verbesserungsmöglichkeiten. Haben Sie sich jemals eine Herausforderung gestellt, die sich im Nachhinein als Sprungbrett zu etwas Besserem herausgestellt hat? Diese Jungfrausaison könnte ähnliche Momente der Erkenntnis bringen, in denen etwas Schwieriges zu einem Durchbruch führt. An der Finanzfront sieht es vielversprechend aus. Mit dem organisierten Einfluss der Jungfrau werden Sie feststellen, dass jede Transaktion reibungslos verläuft und die üblichen Probleme nachlassen. Dies ist eine ruhige, aber produktive Phase eine Zeit, um neue Investitionen oder Ideen zu erkunden, die Ihnen langfristig zu Gute kommen könnten. Lehnen Sie sich nicht einfach zurück und ruhen Sie sich auf Ihren Lorbeeren aus. Dies ist eine Zeit, um sich aktiv mit neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Die Jungfrausaison belohnt diejenigen, die sich anstrengen. Hatten Sie schon einmal diesen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, dass alles mühelos lief und Sie einfach wussten, dass Sie auf dem richtigen Weg waren? Das ist die Art von Energie, die Sie jetzt nutzen können. Und schließlich bietet der heutige Tag hervorragende Möglichkeiten zum Experimentieren. Die Jungfrau Energie ermutigt Sie, auf Ihr Herz zu hören und dennoch praktisch zu bleiben. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, um neue Geschäftsmethoden oder Herangehensweisen an Projekte auszuprobieren. Dies ist Ihre Chance, alte Methoden, die nicht mehr funktionieren, loszulassen und neue Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Lassen Sie sich vom Innovationsgeist anstecken. Vielleicht werden Sie feststellen, dass die Änderungen, die Sie jetzt vornehmen, Sie für die kommenden Monate auf Erfolg ausrichten. Wie fühlen Sie sich also angesichts dieses Energiewechsels, während wir in die Jungfrau-Zeit übergehen? Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie bereit sind, sich zu organisieren oder wichtige Entscheidungen zu treffen? Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen. Ich würde gerne hören, wie Sie diese Zeit der Klarheit, Sachlichkeit und Zielstrebigkeit annehmen. Amen.